ja die jahre und den anderen jetzt kommen wir noch mal zu einer Revanche letzten Runde wir haben immer noch als Gegner Edna aber haben dafür ist die Köln Platinum was in unserem Team jetzt und er war ein bisschen Opinion die gespielt haben sie haben zu da waren unter einem nicht zu halten und die Wand noch halte zusammen ich habe zwar mehr Kills wie Edna aber wir hatten trotzdem überhaupt keine Chance denn keine Chance halten da mich interessiert was Edna spielt dann habe ich weggeholt die Krim mit hier ist das Eckler steht nicht erst in die Welt die wir sind dass die Klasse oh ich bin fast tot dann noch lebe ich mit meiner ersten Klasse das finde ich gerade ziemlich geil oh 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 ich hätte es nicht sagen sollen ich hätte es nicht sagen sollen ja damit bin ich tot von Edna ich habe Edna war immer noch nicht gesehen Edna hat noch null Punkte darf ich mehr obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe wie ein Kill und verreckt bin aber würde ich sagen stelle ich jetzt mal einen TP hinter können wir Heilung gebrauchen also nachdem der Rest hier unfähig ist oh jetzt steht der TP oh Edna spielt Feuerblume und kämpft auf den TP ich habe meinen Pylonen Schlag in den Garten gebotzt m und Edna soll nur zum Streitgeil außen nicht sehen Lernwalt nicht in Wix ja erstmals durch natürlich verschein auch unser Team ganz gut zu spielen Drei Mann im Garten, kann sich sehen lassen. Ja. Schervisch, an dem rechte ich mich erst, das war mein erster Tod, so. Und da bin ich auch tot, aber ich hab den Garten eingehend damit. Also war's okay. Jetzt kann ich zwar nicht den nächsten Teleporter aufstellen, weil ich jetzt Archäologe bin. Aber naja, kann ich mit Markus ein bisschen supporten. Da oben ist auch ein Kakitus. Kakitus down. Okay, die Leute gehen alle oben rum, da brauche ich... Oh, TP steht. Oh, stimmt ja. Aua, heiß. Feuer. Feuer ist ein uncool. Geh ins Wasser. Das hilft. Echt? Nee, ich glaub nicht, dass das... Ich glaub nicht, dass das hilft. Ich auch nicht. Das wäre wie weiss, wäre auch was Neues gewesen. Da hast du deine Wiener, mein Freund. Gehst du aber kostenlos. Ja, und den hier... ...niederbeleihung ich halt nicht kostenlos. Der muss zahlen. Okay, da hinten hab ich schön weggehauen. Rieber. Aber ich glaube, mit Archäologen kann man auch so ein bisschen schweißen. Oh, Edna, 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 Edna gesnackt. Das geht hier nur darum, Edna zu dominieren, der Rest ist egal. Das geht hier nur, Alter. Das geht hier nur, Alter. Oh, oh, Tag kackt. Alter. Das ist so ein Scheiß Tag kackt, dass der sich da oben hingewielt hat und nicht als Archäologiker da einfach fast nichts gegen den tun. Na, komm schon, Wrestling Star. Den Garten holen wir uns. Den müssen wir holen. Ja, den hier kriegen wir locker doch. Das Schloss wird schwierig. Ah, die Burg. Oder Schloss? Schloss. Schloss. Schloss ist Assi. Ja. Ja, man kann sagen, glaube ich, was man will. Lippe. Wichtig. Oh, mein Gott. Der perfekte Wicht. Oh, die perfekte Wode. Es ist die perfekte Bode. Hört mich wohl. Ich lege direkt vom Gort. Tod. Du auch? Ja, so und aufzuschreiben. Ich hab mich grad hier unterbrochen, von mir war eine Scheiß von Jube, die sich grad aufgestellt dort natürlich nicht erledigt von 0,00 Meter Entfernung er war der Entfernung oder Prozent Sniper Alter warum komm ich da jetzt nicht hoch so egal Watt der Fakon von der Zobel wurde es ja er hat noch nicht gesagt geballert aber auch nicht mehr als das oder ist der habe ich halte ich mich gleich tot ich finde der Himmelskämpfer hat schon echt Style das ist gut ja weil du hinter den Gegner bist dann der Töne ist auch ein Kaktus das hat mich eh wieder weg nur mich zwei ich gehs weg den einen habe ich nicht bekommen die anderen auch nicht hauptsache das ist ein Tod da oben ist schon wieder irgendwer ist so eine Blube ok siehst dann ja das ist Edna wahrscheinlich da ja das war Edna ich habe irgendein Kaktus dahinten schon mal zu hinter der Welt auf die Distanz gedrückt auf die Distanz bin ich halt scheiße als er bis tb also fern oder was? ja das geht kannst du dich mal einschicken schön ja man kann ihn einschüchtern also auf die Distanz wo ich grad schießen wollte das war nicht wirklich irgendwas zu erreichen da ist halt so eine Agent der Erbse doch ein bisschen geiler ok aber ich hab sie weggeholt wow und dann bin ich auch fast tot hier war gerade einer oh ich schnappe oder so Edna ist direkt unter mir oh ich hab Edna weggeholt alter ich krieg so hart naja ich wurde von Edna gekillt scheiß Feuermann kotzen ey im Deckung des Mox das hab ich gesetzt ja man wusste dass ich sterben würde hab ich schon wieder eine 5er Streak also mit dem hier geht und es war auch wieder Edna dabei was ist das für eine ey was ist das für eine ey mach keine Chance gegen diese scheiß Schlampe jo das war wieder Edna sieh was Feuermann ach das Feuermann lass die nicht fressen der will mich haben aber ich hochgelang bin ja ich auch alter jetzt ist natürlich du du alt jo oh Tarnkaktus ja weil Smog ich hab natürlich nicht den großen Smog sondern nur nicht Hardcore Smog nein ich hab auf die Smog gedrückt egal gegen Edna braucht man das na hiermit hab ich Edna zweimal geraged so wir müssen in den Garten weil sonst haben wir gleich wieder verloren das wird jetzt so lange durchgezogen bis die Zombors von Zombors da und auch mal was reißen weil der nächstaufnahme ist eh Edna nicht mehr dabei weil das die letzte Folge für heute das heißt selbst wenn wir es jetzt nicht schaffen Leute könnt ihr euch darauf einstellen dass wir es das nächste mal schaffen weil solange nicht wieder ein Edna im Gegner hier rumrennt ist das ganze auch einiges leichter so da kommt der Smog da kommt der Chum da sind wir im Garten und Caption ich hab mich gerade noch und ich hab ja jo ich wurde einfach durch eine Wand durchgekillt von so einer scheiß und wäre wurde jetzt wärs mal schnell Garten und so da Alter Alter hab mich überrettet hier boah ich bin gestorben ja da lebe mir ja da lebe mir aber du mich halt nicht ihr Pisser ich war schon wieder im Garten und jetzt bin ich wieder tot ja steht da vorm Teleporter macht nichts geil das sind die besten du das will ich jetzt auch machen erstmal wird es aufgeklappt komm schon hier ist hier ist man ich nehm euch doch so oh fuck what schon wieder so ne scheiß bohne hey wo liegst du du weißt du geholt ja ne ja brech mich wieder rein so aber jetzt wird es erst heftig das kann eben war eigentlich doch der einfache Regatte jetzt beginnt das der wahre Horror das ist ja nichts joo wie einfach ich von da hinten weg gesnipet werde so ne der Deckel alter ok die Kämpfer sind ah Aetna das ist mit Sicherheit Aetna ok he raged jetzt weiter nach vorne Teleporter steht schon mal das ist sehr gut what the hit me boah ich bin auch die normale wie die ist das geht ich hab dich mal doppelgeweint warte 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 ja so alter meine Waffe zieht die zieles OP aus dann schreckt der Waffe hängt und boom BAM Kontakt ste mast statt jord's habe ich bei den ersten oder ich habe weder Bezeichnung gewollt im Kriege macht ich habe darin gezeigt bekommen wo da erl er ist ich stehe den Garten für dich aber pass auf du wirst erst ja wir schon bevor du mich überlegen kannst du bist auch tot ich hab noch ich bin da dabei war an so einem aktiven 6 3 aber schärfisch ist ja genau der ist der hinkt dadurch jetzt ergeben und so tb ist wieder weg 3 jetzt wo wir die Lage sind weil du all stars sind jetzt sagen wir gehen oben rum oder schickte die Daten und gilt nicht das flammen Ding mit seinen fünf Schüssen Tod so fällig er sei hier Toilette jetzt gehe ich ernst daran hier dann werde ich einfach die Toiletten zu spawnen, ne? dann ist es gehen wir rüber ahhh mann bist du schon wieder tot? nein Gift, Alter Tarnvolution, Alter, so ne Scheiße, ne? ich bin tot ich auch aber unser Team ist schon wieder so krottig ja wie die letzte Woche auch 0 0 4 4 3 ok die 0 0 könnten aber vorher reinkommen ja, da hab ich bis gerade eben noch Unterzahl ja, da hab ich bis gerade eben noch Unterzahl ja, die 0 0 kam gerade erst rein aber man sollte bis gerade eben Unterzahl und das muss auch nicht, hä? what the fuck? ich hab mein eigenes Profil geöffnet so jetzt würde ich sagen, auf auf die Garde ja oh, oh, Samparo hier oben ok Tarnvolution, hinterher weggeholt Achtung, deinem Eck hockt einer Super Smog und jetzt im Garten die Tarns, nein, der holt mich wo war 5 und 5 tot Scheiß Giftty hat mich geholt oh oh, oh, Samparo hast auch über mich jetzt wieder vollautomatikärzte mal wieder hinter mir alter was los Leute kann ja wohl nicht wahr sein mhm, wir müssen nur verloren ja also also wir tun euch das oh, alter, alter, alter alter, alter Sponsorsorsorge bin schon am run end ne, ich auch, alter, du musst jetzt nur überleben, das ist aber ich glaub, das würde das nicht machen nein, alter, alter ok ja, Leute, ich würde sagen, wir tun euch das ganze nochmal an in der nächsten Folge aber diesmal gewinnen wir es dann, weil ja wahrscheinlich kein Edna im Gegner Team rumrennt oder so bitte nicht ja, wir hoffen wir es auf jeden Fall naja, wir haben gut gespielt, kann man jetzt nichts sagen hier ein 313er, es hat es über mich geschafft, aber komm, da will ich gar nicht mit gegenkämpfe dann komme auch schon ich und damit würde ich sagen, habe ich eigentlich einen sehr guten Job gemacht Edna hat scheinbar gelieft jetzt, da aber Chelsea Road G ist jetzt auch noch reingekommen der ist erst ein paar Minuten drin und hat auch schon 13 Kills also, der eine geht, der neue kommt Chervish, habt ihr ja gesehen, war auch einer der guten Spieler naja, ich würde sagen, jetzt habe ich dann doch schon ein bisschen besser gespielt, deswegen gibt es heute ein Glitzerpäckchen hier noch dazu hoffentlich haben wir da auch mal bald endlich alles freigeschaltet, weil ich ruhe jetzt ja schon doch schon seit zig Folgen nichts mehr wie diese Glitzerpäckchen oder an der Stelle ich sage, servus das nächste Mal wieder, servus und ciao so wir haben sie ja gott g Outro